Das ist uns endlich tot. Solange halte ich das nicht mehr aus. Hast du Kondome? Willst du? Ja. Mach schnell, mach schnell. Was ist das denn? Das ist ein Freund von mir, der dich gerne mal kennenlernen möchte. Nein, ich meine das da. Wo kommt das denn her? Ich weiß nicht, es war plötzlich da. Wie heißt die Hauptdarstellerin von Lady Graha mit Nachnamen? A. Engelke, B. Teufelke. Ach, das ist so ein Gewinnspiel. Ach, ist doch egal. Lass uns weitermachen. Nee, du, da kann man 5000 Euro gewinnen. Lass uns doch kurz mal da anrufen. Ich meine ja, die von Lady Graha heißt Engelke, oder? Ja, dann sag A, mir egal. Ach, ist besitzt. Ja, guck mal, das Ding ist ja wieder weg. Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Hm. Schau mal. Du bist voll verpixelt. Oh, wenn's einmal läuft.